Hallo Funker! Unser Nationalfeiertag, der 3. Oktober steht ins Haus, das uns alljährlich die Bergfunker wieder auf die Spitzen treibt. Wir wünschen uns möglichst viele QSOs, natürlich kurze Distanzen, gerne lange Distanzen oder innerdeutsches DX oder europäisch oder vielleicht sogar internationales DX, alles was möglich ist. Spaß am Hobby, Spaß an der Freude und dann wollen wir hoffen, dass die Wettermacher uns gnädig sind und uns Funkerwetter schenken, das wäre prima. Wir sind nicht gemeinsam auf einem Berg, sondern jeder ist einsam auf seinem Berg und verteilt natürlich Schwarzwald, Alp, Bodensee, was auch immer gewünscht ist, Kaiserstuhl und so weiter. Wir möchten gern möglichst viel, möglichst weit, natürlich auf legale Art und Weise. Und ja, dazu wollte ich euch einfach mal anregen, doch mitzumachen mit eurem Equipment. Gleis Vesper vielleicht mit einpacken, die einen tatsächlich nur auf Sota oder Pota und die anderen, die dann standmobil irgendwo stehen und so weiter. Würde mich freuen, wenn wir uns hören und die anderen sicherlich auch. Wie gesagt, wir sind alle nicht auf einem Platz, sondern jeder einsam für sich und alleine, damit man sich wirklich auch hauptsächlich ums Hobby kümmern kann und nicht im Gesichtskurs sich verliert, wie es dann oft an diesem Treffen ist. Ich wünsche euch noch schöne Tage bis dorthin. Darüber hinaus natürlich auch. Würde mich freuen, wenn man sich hört auf der QAG. Und ja, bis dahin, euer Nick.